Halle Leute ja kommt zurück zu meinem Let's Play von Raymond to the Great Escape ah gut dieses obere Ding geht weg ich hatte schon Angst so wir sind wieder da und ich habe er seine Zeit lang nicht gespielt und das die neue Welt und so wie es aussieht dürfen wir da nicht schwimmen was gerade passiert ist und ich schäme mich so für das der eigentlich nicht mehr A ja ja ich habe schon ein bisschen länger nicht ich habe schon länger nicht gespielt kann ich da klettern aber gut das kann ich wenigstens ich habe länger nicht gespielt das heißt ich bin wieder in Lübe Juhu Nein das sieht man ja gerade weil ich wirklich so gut bin Jemmo nein eigentlich bin ich oh gut ich dachte schon nein oh ich habe so Angst bei diesem Spiel ähm cool wie kann ich dir nur danken nicht der Röder wert das tust du gut das tust du gut der er so größte wo ich die vier Masken von Polkus finde würde sorry sorry Raymond ich weiß nicht wovon du redest aber ich sah wie Glowbox von zwei Piraten gefährden würde sie haben ihn sich äh sie haben ihn irgendwo hinter die Sünfe gebracht wenn du wissen wenn du willst helfe ich dir auf auf die andere Seite greif nach meinem Halstuch nachdem du drauf Hauke drücke dann zum springen A und zum beschleunigen B komm los jetzt oh mein Gott ich fehle bestimmt das muss ich machen also ja 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 das ist ja von das Kuhle Ding Minigilien Joho so beschleunigen oh mein Gott da war eine hässliche Hexen Jürgen Scheiße und Jumping Jumping Scheiße ja ich will all diese Teiler holen oh mein Gott das war ziemlich hoch ich weiß gar nicht dass ich so hoch komme A oh mein Gott Nein du Sauscheiße oh so los hop 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 ja weiter surfen ja ja das macht so Spaß scheiß Fisch oh ich will dieses Ding oh 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 mein Gott Hexy 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 hau up Juhu und jetzt so diese ja ich dachte da darf sich drauf voll und fair Voll lui Hjajajajajajajaj Juhu What the facity kommt nicht mehr zurück scheiße Ja okay dann muss ich jetzt dieses holen hui je ja und jetzt würde ich fast von dieser Axt zerschnitten jahre hat sie hat sie sterbt auch ich habe vergessen zu schauen was ich aufgenommen habe aufnehmen durch aber jemanden gerettet er nach der und schätze verpasst ja nein scheiße wie kann ich dich das nur für passen ja man denn wann ist es endlich fertig was ist so lange um nur zu bis zu anderen er bis zu anderen was ich hab's ja genommen das ist so schwul da nicht noch länger oder ne du 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 oder egal das kann bestimmt noch ein zweites mal machen zum Beispiel jetzt könnte ich es mal ja du 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 Loll ist das ein Zeil ich dachte das ist ein unsichtbares Ding du 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 Loll ich sterbe gleich ich habe doch kein grünen Lohn gesammelt heil Worte Worte ich habe wie dieser Troye Kuhn okay muss nur ihr Mord du 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 diese Musik ist schuld Loll Loll wie soll ich da durchkommen ohne dass ich getroffen werde H hu die du du die 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 L L L L L L hel dir die die ja man das ist praktisch bestimmt voll an das zu sehen heute da was konnte ich ihn nicht noch einmal auf den Hals schießen die 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 war aber das ist so wichtig folgt da ich kann dort hinten auch durch Träger bitte 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 die du die du die du und mein Gott die du uhr aber wort naja das war sich nicht um man bahn egal ich hätte das jetzt hier durchnehmend aufnehmen und scheiße ja wenigstens erwis ohne tschüss und hallo zu sorgen und das wird ich dann zusammenschneiden und ich hoffe ich bekomme ich die mit 32 minuten und es wird ziemlich scheiße ja gut ich dachte schon es geht nicht die die er hat die fröße und heute also ich weiß nicht ob ich heute hochlotte aber heute werde ich noch ein neues projekt r neues projekt aufnehmen die 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 und ja mal sehen da liegt schon wieder voll in der luft mal schauen ob es gut wird weg 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 ja genau oh shit oh oh mein gott ja wenigstens eins nein ich dachte das sind gelbe lums nein na ich habe doch keine lust das die ganze zeit zu machen egal ist kann ich noch gelbe lums einsammeln wo auch war und ich habe in salto gemacht ha nein musst du mich so dumm ziehen dass ich vor allem dieses ding fliege du ist saut du da und ich sehe wir haben fast alle käfige von dieser welt gesammelt auch was ich habe mir noch getroffen um d aber mein gott mich kackt die musik zu holen Prozent nein um und wenn das macht bestimmt spaß zu zu sehen wie ich da wenn ich das die ganze zeit stelle das völlig gar nicht okay und wer ich werde dort vorne noch mal sterben weil das ist so eine einfache stelle und ich schaffe sie nicht bin ich wirklich so schlecht war er endlich aber wird das zeigt ein war zu erinnern und als ich habe Lust Prozent Prozent